Ich denke, Equality sollte zum Beispiel in den Kontext der Möglichkeit sein. Ich denke, Equality sollte nicht in den Resultaten sein. Nun, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, unabhängig von ihrer Rasse, von ihrer Herkunft, von ihrer Religion, von ihrem Einkommen, von allem, was sie mitbringen. Ich denke, dass jeder, egal ob, wie ich gesagt habe, deine sexuelle Orientierung, egal ob, wo du kam, wie du in diesem Land kam, wer du bist, wer du liebst, wer du bist, wer du liebst, was du willst, wie du dich identifest, jede Person hat die gleiche gleiche Rechte. Und das ist etwas, worauf jeder ist. Das bedeutet Entitlement an die gleiche Rechte. Wenn Sie sich die westlichen Gesellschaften heute anschauen, der sogenannte Gini-Koeffizient wird immer größer. Das heißt, eine gewisse Ungleichheit, eine wirtschaftliche Ungleichheit in der Bevölkerung wächst, auch in westlichen Gesellschaften. Und das ist etwas, an das man da ran muss. Und da muss es auch zu einem Ausgleich kommen. In meiner Generation war das sowieso ein großes Thema, dass es keine Gleichheit gab. Und auch heute noch ist es so, dass das nicht eine Gleichheit gibt. Es ist immer noch ein Unterschied. Und auch in den Berufen ist es erwiesen, Frauen kriegen weniger bezahlt, Frauen haben schwieriger, also es ist dann hochzukommen. Es gibt eine Männerwelt einfach. Gleichheit ist dann gut, wenn es um die Gleichheiten von Chancen geht, wenn es um Gleichbehandlung geht durch den Staat aller Bürgerinnen und Bürger. Das macht der Rechtsstaat aus. Wenn man mit den Menschen häufig spricht, haben wirklich alle auch die gleichen Bedürfnisse. Sie sehen sich nach einem geregelten Leben, einem Dach über dem Kopf, einem ordentlichen Job, Sicherheit für die Familie. Unabhängig davon, was sie denken, was sie glauben, sollte man sie auch alle gleich behandeln. Equality is one of those interesting words. It's almost a Rorschach test. For some people, not me, when they hear the word equality, they're thinking about equal outcomes. For example, that wealth is distributed in ways that reduce inequality, that reduce differentials. I don't think of equality that way. I think of equality much more in the sense of equality of opportunity. People are going to achieve different things, and outcomes will never be equal. And we may, as a society, want to adjust outcomes to some extent. We've got to think, and that's where tax policy comes in and so forth. But for a democratic society, I believe the emphasis must be on real equality of opportunity and making sure that people have the tools so they can take advantage of the opportunity.